Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play City Skylines. Boah, wupp, was haben wir am letzten Mal gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ich hab mir die Folge jetzt gerade nicht angeguckt. Äh, ich bin nur gerade, ja, so ungefähr, genau. Hat man nicht hier was gemacht? Nee. Ach nee, wir haben ja, genau, richtig. Ja, schauen wir mal, was wollen die denn jetzt alles haben? Genau, die Straßen hier haben wir ja mittlerweile angebunden, das wird hier nutzt. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, ob ich da überhaupt was machen soll. Oder ob ich es wegmache. Gut, okay, wir könnten mal so langsam anfangen hier die Wohnungen peu a peu aufrüsten. Das machen wir jetzt auch mal, das war hier rüber. So, die werden dann nach und nach eh nix mal wollen. Ach, wisst ihr was, wir machen jetzt alles. Ich lasse auch den Speed jetzt langsam. Ach komm, was soll's. Voll Speed. Wir machen jetzt alle Wohnungen hier neu. Dann ist das Thema ledig, denn ich werde eh keine neuen bauen, weil wir haben ja hier das alles. Da muss ich keine neuen bauen. Äh, die Zone war hier. So, einmal das hier, so richtig, Karl-Schlag. Karl-Schlag, so gesehen. Ne. Da-da-da-da-da. So, und das hier, jetzt haben wir die ganzen Wohnungen abgerissen. Ja, genau, die wollen hier unten nix mal, das ist nachvollziehbar. Ach so, scheiße, oh. Pause. Ich muss doch schon was vergessen. So, jetzt aber. Genau, so, Thema ledig. Apropos, wie sieht's eigentlich mit dem Wasser und allem aus? Wasserverfügbarkeit ist da. Ja, ihr habt keinen Strom, das ist nachvollziehbar. Da ist soweit noch alles in Ordnung. Müssen wir mal grün und so weiter machen. Das mach ich aber jetzt nicht. So, die wollen, wie muss ich, äh, ich kann ja kein neues mehr kaufen, gell? Ach, doch, kann ich. Äh. Ist das oder das da? Äh, in welche Richtung, wo soll eigentlich der, der Hafen, äh, der, 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 der Schiff, der Schiff hin? Wie doof. Ich, einen Hafen kann ich bauen? Ach, ich kann ja nachher, wenn ich alles hab, eh voll bauen. Das heißt, wir werden, kaufen wir in uns jetzt. Jupp. Am nächsten Mal kaufen wir dann hier hinten die Dinger voll. Warum ist hier eigentlich so wenig? Ist hier so hoch, das... Oh, die Schiffe ja gar nicht... Oh, da sammeln sich ja ganze Dreck an. Lecker. Boah, es geht ja jetzt einigermaßen. So, gut, okay. Wo machen wir jetzt weiter? Das heißt, wir müssen uns eh erst mal Straßen legen. Viele, viele bunte Straßen. Ne. Da leg grad die höher zu machen. Ja, die mach ich höher. Das heißt, ihr kommt erst mal alle weg. Äh, ihr da hinten bleibt erst mal. Äh, wo warnt das? Nein. Hier, nein. Nein. Äh, ah. So. So. Dann machen wir die Ampel hier wieder weg. Ist hier jetzt ne... Ne, hier ist keine Ampel. Es wird hier groß. Okay, Boos fährt hier draußen gar nicht, aber pfff, was soll's. Ich kann aber hier hinten noch mal was machen. Und zwar... Aufrüsten. Das wird zwar jetzt vielleicht noch nicht so wirkungsvoll sein oder was bringen, aber später. Denn ich gehe davon aus, dass hier sehr viel mehr Betrieb sein wird. Ne, Ampel weg. 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 Äh. Weg. Auch kein Mensch. Die waren intelligent genug. Ja, jetzt ist das Ganze kleiner geworden, aber das macht nichts. Jetzt kann man hier nämlich unten durchfahren. Äh, kann ich Straßen unten drunter legen. Das will ich hier nämlich auch machen. Das beste Wäsche wird das alles abgewissen. Geht das schon? Ne, geht nicht. Die kleinste Erhebung ist die hier. Das geht. Geht nicht. Ah, ich bin noch hier draufgegangen, das abreißen. Ich will nämlich hier den Platz dann doch irgendwie auch mehr, also ganz gut ausnutzen. Und so. Weil ich nämlich hier drunter durch muss. Ja, das reicht. Damit die nämlich hier einfach eine Verbindung haben können. Das heißt, damit ich auch von hier nach hier noch eine Verbindung habe, das heißt, ich habe zusätzlich nochmal Straßen. Äh, ich will nämlich gucken, dass ich werde hier wahrscheinlich sehr viel, ähm, Büros hinbauen. Hier vielleicht, ja gut, hier noch Industrieklapper. Hier sollen mehr Büros hinkommen. Da muss ich halt auch nachschauen, wie genau ich das dann nachher handhaben werde. Bin ich hier raus? Oh, prima, hier kommen wir raus. Ja, auch schön hier hinter. Einfach. So, dann kann man nämlich... Das sind halt mehr kleine Büros, aber das macht ja nichts. Ne, das lasse ich mal. So, wir gehen jetzt hier lang. Und hier lang. Können ja auch eine Brücke machen. Und dann hier anschließen. Gleich die Ampeln weg machen. Ich habe jetzt gerade kein Thema, zum Beispiel, worüber ich jetzt reden möchte. Oder... Ja, sonst würde ich euch, würde ich jetzt irgendwie ein bisschen zuquatschen. Beziehungsweise würden wir uns jetzt einfach schön gepflegt über irgendein Thema unterhalten. Aber mir fällt auch gerade nichts ein, zumal es auch für mich immer noch ein bisschen schwierig ist. Ich muss mich hier konzentrieren. Also habt Nachsicht. Äh, das da wollte ich. Ja, das geht natürlich nicht. Dann brauchen wir halt drumherum. Und zwar so. Ach, das wollte ich eigentlich nicht, aber das ist nicht verkehrt. Denn an den zwei Dingern kann eh nichts wachsen. So, haben wir da noch was? Ne, das war's eigentlich. Ich könnte ja jetzt eigentlich direkt, äh, Wasser, ne, Wasser fehlt noch. Können wir hier doch schon mal anfangen. Das gleich soweit vollenden, genau. Sie wollen eh Arbeitsplätze gönnen, da haben. So. Gleistern wir das hier mal voll. Da was? Nein, da nicht. Aber hier geht. Hier muss ich natürlich dann gleich noch diverse Sachen bauen. Ich muss die U-Bahn, muss ich noch anfangen. Also in der Hinsicht ist es hier genug zu tun. Definitiv. Äh, hier noch. Hier, das lass ich mal. Und diese hier. Da noch, da, die bleiben. Äh, das hier lass ich auch mal. Ich mach erst mal nur die, die paar hier. Was hat sich hier drüben getan? Okay, gut. Das hat sich ganz simpel entwickelt. Nicht wirklich viel. Äh, hier wird das auch nicht großartig mehr werden. Das weiß ich. Dafür ist zu wenig Platz. Den botanischen Garten muss ich nicht ins Gebiet machen. Das wollen wir auch nicht. Mal theoretisch machen, aber das passt eigentlich auch nicht. Kleiner Park. Hm, das Ding ist riesig. Oh, großartige Stadt. Juhu. Oh, jetzt können wir auch das Ding bauen. Dann können wir auch. Besser um den Strom kümmern. Ähm. Machen wir erst mal das mit dem Strom. Das Ding ist nämlich umweltfreundlicher. Lass die klatschen wir einfach da hin. Dann können wir, glaube ich, alle abreißen. Weg. 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 Du weg. Musst immer noch reichen. Ja. Oh, vollkommen. Dann klatschen wir hier jetzt. Alles voll Industrie. Und zwar bis hier. Na, uah. Was mach ich denn da? Quatsch mit Soße. Ich will hier keine... Äh, keine... Na. Jetzt komm ich nicht drauf. Wie heißt's? Ich wollte doch da kein Ding hinbauen. Das kann jetzt auch voll gemacht werden. Da kann was besseres hin. Ich wollte doch da keine Büros hinbauen. Ich bin bescheuert. Ich habe BWL studiert. So. Da habe ich... Ah, jetzt ist hier eine Ampel. Genau. Die muss weg. Die Ampel muss weg. So. Die ist fort. Äh, ich wollte... Äh, ich wollte... Ja gut, dann wird mir... Die Blase. Vielleicht sowas einfach... Die haben da was. Die haben da auch was. Wie sieht das Ding eigentlich aus? Kann aber keiner rein, gell? Äh, das ist ja Quatsch. Ach. Ich habe gedacht, das ist so eine Anhäufung von Bäumen, die ich dann halt so schön nebeneinandersetzen kann. Aber musst du kuchen. So, Arbeitsplätze wollen sind wir noch. Gut, okay. Dann müssen wir halt, äh, ja. Das Ding ausbauen. Das heißt, wir werden hier alles voll machen. Hier in der Mitte. Das muss ich dann auch ausfüllen mit Brühnzeug. Denn, das wissen ja viele, wissen vielleicht einige, die... Wenn man Bäume baut, die verringern auch die Lärmbelastung. Ich meine, für die... Für diese... Na? Für die, äh... Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Das gibt es doch gar nicht mehr. Mir fällt nichts ein heute. Ähm, für die Bürogebäude ist das meines Wissens nicht so schlimm. Aber es ist halt blöd, ne? Das muss ich aber... Okay, die haben jetzt alles. Was die brauchen, aber doch jetzt hier irgendwas. So eine Plaza kriegen die hier hin. Wie sieht es hiermit aus? Das weiß ich jetzt nicht genau. Da muss ich mal gucken. Feuerwehr fehlt hier hinten definitiv. Feuerwache. Machen wir hinten einfach eine große hin, hä? Na, eine große. Und sollte das... Warum das hier immer noch ist, weiß ich nicht. Polizei ist da unten eine. Sollte eigentlich auch nicht so das Thema sein. Gut, Bildung ist nicht euer Ding. Äh, Fahr... Wie heißt's? Ähm... Verkehr muss ich dann noch regeln. Jetzt muss ich aber erstmal hier die Wege machen. Denn... Das ist mir auch aufgefallen. Das macht einiges aus. Boah, das ist viel zu hoch. Na, holte ich doch gar nicht. Und zwar diese Wege einzeln, die machen sehr viel aus, wenn es darum geht, dass ein, äh... Ein Gebiet wächst. Das... Das wusste ich jetzt auch nicht so was. Das, wir gehen jetzt hier in die Mitte. Gehen wir da hin. Geht's jetzt hier mal rüber. Oh, wie immer das passt. Oh, dann kann man hier doch rüber. Ah, ist zu nah, hm? Ja, stimmt doch was nicht. Okay, das passt nicht. Gehen wir denn runter. Ja, das geht auch nicht. Geht doch. Wo war jetzt das Problem? Ähm, ja genau. Wenn man hier zum Beispiel die Wege miteinander... Wenn ich hier irgendwie die Wege baue, also ein einfaches Beispiel, ich... Ja, das hier zum Beispiel. Oder sowas hier. Dass die schneller hier rüber kommen und nicht irgendwie hier drumherum müssen. Oh, wir müssen die denn lang. Ach du Scheiße. Die müssen ja hier lang. Hier rüber. Äh, und entweder hier lang oder da. So, und jetzt können die nämlich hier rüber laufen. Sind hier und dann... Gehen sie hier. Das ist ein viel, viel, viel... Oder hier rüber und da lang. Das ist eine riesen Abkürzung. Für die. Ne, ich muss hier auch noch eine bauen. Das sehe ich gerade. Ich muss hier eine, definitiv eine hinbauen. Damit die nämlich da auch lang können. Ähm, das beschleunigt... Das hilft teilweise wirklich im Wachstum, weil die Leute einfach da hinlaufen können und nicht so 300 Kilometer laufen müssen. Also das ist enorm. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so heftig aus sich auswirkt. Äh, was machen wir denn hier jetzt? Darüber, darunter, da quer drüber? Nö. Wo mache ich das denn unten? Ich gehe in die unten. Ich gehe in den Untergrund. Warum machst du das denn hoch? Das hat doch niemand gesagt. Warum machst du da überhaupt so ein Hügel hin? Das ist so dumm. So. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Ne, sorry. Das will ich nicht. Das akzeptiere ich so nicht. Das ist doch dämlich. Das ist doch einfach nur dämlich. Ah. Ach, nein. Oh, jetzt fängt das wieder an. Ach, wie in dem Pfeiler, ne? Das war klar. Ach, das ist jetzt wenigstens nicht so bescheuert. Gut, okay. Das funktioniert. Was soll das? Ne, das gibt's nicht. Sorry. Das gibt's nicht. Das ist doch dumm. Dankeschön. Das sieht doch schon viel besser aus. Meine Fresse. Das ist einfach nur bescheuert. Äh, ja. Die könnte da langlaufen. Da kann man auch folgendes machen. Warum? Nein. Hallo. Warum? Kapiere ich jetzt wieder nicht. Warum bleibt er nicht unten? Dämlich hoch 10. So, dann könnt ihr nämlich alles im Untergrund machen. Klingt komisch. Dann könnt ihr das jetzt machen. Oh ja, das wird hier schon noch... Oh, das wird schon ordentlich genutzt. Genau, die können nämlich alles da rüber. Da lang. Äh, das lass ich erst mal. Ich glaub, die Verziehung mach ich off-screen. Weiß nicht so genau. Da kann ich nix bauen. Oh, die wollen immer noch so viele. Hier halt noch alles zubauen. Gut, da muss ich jetzt... Man kann hier noch einen Weg machen. Ja, ich mag die Wege. Sieht nämlich vor allem sich schön aus. Wenn die da so langlaufen. Kein Kommentar. No comment. No. Na? So, jetzt ist es eben ehrlich. Jetzt können die da hinten auch langlaufen. Äh, kann ich da noch in die Ecke was bauen? Ja, da geht noch was. Auch wenn es nur klein ist. Jetzt sind Arbeitsplätze. Wie sieht's? Apropos Arbeitsplätze. Was ist eigentlich? Ne, war das hier? Äh, oh, ich vergesse das. Da. Arbeitslosigkeit 25%. Holla, die Waldfee. Oh, wir haben auch 28.101. Ach du Scheiße. Okay, gut. Dann ist klar, dass wir so viel... Ja. Brauchen. Ja gut, dann muss ich jetzt hier hinten anfangen. Das heißt, ihr hier... Ihr werdet jetzt auch komplett bebaut. Hier habe ich keine weiteren Straßen. Das kann auch mal so bleiben. Das kann man ja im Nachhinein immer noch abändern. Äh, äh, nee. Hier. Da. Oh. Uiuiuiui. Ja, dann machen wir das hier noch, ne? Hier oben. Das Ganze. Hier. Da ist jetzt viel Platz zwischendrin, aber das macht nichts. Das werden wir dann entsprechend ausfüllen. Grundsätzlich haben die alle ihre Wege. Aber wir können doch hier noch einen quer rüber machen. Die Straßen habe ich keine gebaut. Das heißt, wir haben auch keine Kreuzungen, wo sich Ampeln bilden. Genau. Die haben ihre Wege. Gut, die müssen da hinten halt mal laufen. Äh, das hier kann man eigentlich zumachen. Das heißt, dann können wir natürlich auch noch mehr bauen. Ah, jetzt hat es sich gesenkt. Jetzt ist es in Ordnung. Gut. Dann brauchen wir nicht mehr weiter bauen. Gewerbe wollen sie haben. Gut, Gewerbe kommt ja eigentlich eher dahin. Wobei ich im Überlegen bin mit Gewerbe jetzt aber auch höher, 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 das am Ausbauen bin. Genau, das hier ist auch Gewerbe. Warum wächst das hier eigentlich nicht? Die steigen aber nicht auf. Fehlt denen noch irgendwas? Das haben die ja alles ohne Ende. Arbeit wächst nicht. Hm. Merkwürdig. Gut, hier unten müssen wir das eine oder andere vielleicht noch optimieren. Ja, zum Beispiel einen Weg quer rüber. Ja, muss sein. Kamera in der Mitte noch ein bisschen basteln. Okay, ob Wege zur Optimierung muss ich noch machen. Das weiß ich nicht, ob ich das mit euch zusammen mache oder offscreen. Das kann ich vielleicht auch nebenbei machen. Soll es abwechselnd werden. Alles wächst. 29.000. Jetzt wollen sie wieder so viel. Hallo. Ah, okay. Die sind hier hinten nachgewachsen. Äh, oh. Feuerwehr habe ich doch eine gebaut, oder? Da hinten, ja. Das ist auch gelöscht. Super. Gut, jetzt können wir hier hinten den Rest dann machen. Äh, das ist schon richtig angewählt. Hier und hier. Büros mache ich jetzt, aber... Ich stehe komplett hier hinten hin. Ja, hier mache ich auch noch Büros hin. Hier auch, ja. Aber das reicht jetzt erstmal, weil mir geht dann so lange so der Platz aus. Und ich wollte jetzt hier hinten eigentlich nicht rausgehen. Hier hinten auch nicht. Wobei, ich weiß nicht genau, ob ich... Hier kommt auf jeden Fall noch Gewerbe hin. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich weitermachen soll. Halt, ich komme auch hier Wohnungen wieder hin. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt im Moment halt, na... Die Aufteilung, dass hier halt das ganze Wohngebiet ist. Hier ist alles Gewerbe. Und hier sind jetzt die ganzen Büros dazwischen. Da ist die Industrie. Eigentlich funktioniert das soweit. Was sagt denn eigentlich der Stau? Äh, wo ist denn viel Verkehr? Okay, hier vorne wieder. Aber das geht so eine... Geht eigentlich noch hier hinten. Okay. Ja, gut. Das müssen wir mit U-Bahn und so weiter gucken, dass wir es lösen können. Das können wir deutlich steigern. Das ist klar. Schon wieder so viel. Wo... Schon wieder so viel. Da hat sich aber hier nichts getan. Ich will aber hier eigentlich keine... Büros hinklatschen. Aber ab... Büros... Ah, genau. Wie viel wurde die Bibliothek bringt doch nichts. Luxury Plaza. Das klatschen wir doch einfach mal da hin. Schon sind die glücklich. Die nicht. Da kommt da noch eins hin. Sollte das jetzt soweit auch ausreichen. Hier war das, ne? Genau. Sind eigentlich alle zufrieden? Alle die hier hinten nicht. Dann kriegt ihr jetzt hier... Swimming Club. Einfach so. All ihr lieb und nett seid. Und ihr kriegt ne Büscherei hin. So. Überall alles gut. Wo will ich denn jetzt hier... Baut der das so hoch? Okay, gut. Äh... Das ist doch arisch. So, bitte. Dann kann man nämlich im Inneren... Erstmal die... Ampeln wegmachen. Braucht kein Mensch hier. Weg. Weg. Äh... Dann können wir nämlich hier innen drin die Dinger reinhauen. Dann muss ich die nicht außen gleich hinten machen. Das will ich nämlich erstmal vermeiden. Weil ich nämlich eigentlich keine Lust hab, dann... Äh... Das außen zu bauen. Und dann muss ich doch wieder teilweise abreißen. Dann... Mache ich erstmal das innen. Sieht auch irgendwie ein bisschen schöner aus. Oh, das ist auch hoch. Das haben wir ja hochgebaut. Genau. Ich weiß ja nicht, was ich da machen soll. Ob das eine einfache Straße wird, die angeschlossen wird, die nichts bringt. Oder ob ich da... Also lassen will ich es auf jeden Fall. Es sieht irgendwie ganz putzig aus. Hat auch ein bisschen was... Eigenes. Auch wenn wir sie gar nicht benötigen. Das hat jetzt ausgereicht. Gut. Äh... Wasser habt ihr ja... Oh, gerade so. Aber apropos Wasser... Können wir das hier hinten auch mal so weit... Vorbereiten. So, zack. Ist soweit fertig. Immer noch Gewerbe. Wo baue ich? Ich muss auch überlegen, wie ich das bauen will. Halt, falsche Blickrichtung. Das hier ist Gewer... Ist Wohnung, Gewerbe. Ich könnte hier drüben noch grundsätzlich das... Ja, komm. Ich mach das so. Ich mach das bisschen Gewerbe hier vorne. Das hier werden wir jetzt vollenden. Äh... Gewerbe ist hier. Halt, Vorsicht. Sind hier auch alles Jobs, ne? Und das hier vorne dann sowieso. Wir können ja mit der Straße hier jetzt... Äh... Die bitte. So, kann ich hier noch ein bisschen rein? Stimmt, oder? Dann haben wir noch mal ein bisschen... Kleinkrimmi. Ich weiß nicht, ob sich das Hochbau... Ob sich die dann anpassen. Das wollen wir mal probieren. Dann jetzt alles Gewerbe. Auch das hier. Müssen wir natürlich gleich alles pflegen. Und ich denke, wenn das... Soweit, dann endlich mal stimmt. Äh... Das hier außen mach ich nicht. Vorerst. Okay, die bauen sich das... Die Landschaft zurecht. Das ist gut. Äh... Da bitte auch. Das hier oben lass ich auch erstmal. Äh... Da muss wieder... Das weg. Wieso wollen die denn jetzt schon wieder so viel? Ist nochmal angestiegen. Na, okay, gut. Das war doch letztlich... Im Endeffekt nicht ganz so gut, das zu machen. Oh, jetzt ist es zu spät. Ich weiß, ich muss... So viel Gewerbe wollen sie nicht. Die wollen noch mehr von den... Büros. Das heißt, wir gehen erst mal hier hin. Dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Kann dann da lang. Und da lang. Jetzt haben wir wieder Platz für Büros. Optimierung muss ich wirklich im Nachhinein machen. Beziehungsweise, ich würde eigentlich gern, weil das... Wenn ich das Problem mit den... Äh... Wie heißt's? Mit den... Äh... Jetzt komme ich nicht drauf. Das Problem mit den Arbeitsplätzen erstmal soweit beseitigt habe. Aber dann würde ich echt gern hingehen und an der Infrastruktur arbeiten. Ist ja auch nicht so langweilig. Ist ja ein hochinteressantes Thema. Können wir hier das machen? Dann kommen die dann nämlich auch hin. Jetzt wird die Bevölkerung wieder ein bisschen ansteigen. Äh... Kriegt ihr den Plaza wieder hier hin? Reicht euch das hier hinten? Ja, das reicht euch. Prima. Ah, hier unten brauchen wir aber noch was. Äh... Reicht der da aus? Ja, der reicht aus. Herr. Jetzt müssen wir echt warten, bis die Bevölkerung wieder angestiegen ist. Das heißt, hier hinten das wächst. Ich glaube, das wird uns noch ewig nachhängen. Äh... Was sind denn Bewohner hier? 32% Arbeitslose Bürger. Das ist hart. Das hatte ich doch nie und das ändert sich nicht. Ich will aber jetzt eigentlich hier hinten keine Offensive machen. Aber scheinbar komme ich nicht drum rum. Warte. Das wohl so sein, ne? Ich weiß nicht, was ich da hinten machen soll. Ich kann auch einfach nur die Straßen hier reinbauen. Ich will da nichts anschließen. Ach, nee, halt. Das war zu weit. Ach, weißt du was? Ich weiß, die Straße da oben ist. Was hier ist, war. Das kann ich ja immer noch machen. Oder es einfach lassen. Eigentlich ist es so ein bisschen unlogisch, sag ich mal, weil irgendeiner muss ja auch an die Windmühlen, sag ich was, an die Windräder dran kommen. Aber letztendlich muss eigentlich, weil... Ich kann ja da immer noch Straßen irgendwie hinbauen. Das heißt, wir haben jetzt... Das hier kann ich... Warte, das am Ende wieder abreißen. Äh... Die hätte ich gerne. So. So, die Ampel wegmachen. Okay, dann lasse ich dann erst mal fertig. Das hier können wir aber anschließen. Oh Gott. Ey, was eine Menge an Büros. Ich will nämlich keine Industrie bauen. Nee, die brauchen wir eigentlich nicht so viel. Das ist nicht notwendig. Noch was gefehlt. Ist hier immer noch was? Schlecht hier gewesen? So stümperhaft? Nee, eigentlich nicht. So, dann der Innenraum hier. Mal drüber gucken, dass ich nicht wieder was vergesse. Kann ja... Entscheidend sein, ob da ein Hochhaus entsteht. Bei den Büros habe ich so noch keine Hochhäuser. Wenn dann doch hier eins... Zwei, drei Stück... Okay, das ist wahrscheinlich auch noch Sache wegen der Anbindung. Die dann noch fehlt. Das wird natürlich im Nachhinein alles noch gemacht. Was soll ich dir aber jetzt aus dem Alter runterkriegen? Für 34% wollte er mich verarschen. Aber das Problem ist wirklich, die kommen da nicht hin. Das wird doch irgendwie nicht mehr. Das kommen verfügbare Arbeitsstellen. Ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Okay, wir machen jetzt folgendes. Ich werde jetzt U-Bahn setzen. Und zwar nicht zu wenig. Allerdings werde ich jetzt gucken... Äh, wo ist U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn... Äh... Ich bin jetzt so blöd, das zu finden. Ja, da ist es nicht hin. Da, U-Bahn. Das ist nicht genügend Kunden. Ja, okay, hätte ich es nicht bauen sollen. So. Da kann man es ja nicht bauen. Dann muss ich es, äh... Da hin bauen. Dann komm. Hin. Dahin kommt noch einer. Hier kommt eine hin. Dahin. Äh... Jetzt müssen wir das alles miteinander... Da will ich noch eine hinsetzen. Und dann hier hinten... Wollen welche hin? Geht nicht. Wo ich es will. Wo ich es gern hätte. Warum nicht? Kann man das nicht drehen? Können wir das nicht machen? Also da hinsetzen und jetzt verschieben. Super. Das ist bescheuert. Naja. So ist es dann halt. Äh... U-Bahn war hier. Da kommt noch eine hin. Da kommt noch eine hin. Äh... Hier kommt eine hin. Dort eine hin. Wenn ihr auf die andere Seite... Also Zebräscher muss ich ja auch gucken. Höhö. Das wird ja auch unterschätzt. Ich hab's immer unterschätzt. So. Und jetzt müssen wir hier hinten mit den... Wohnungen gucken, dass wir die schön miteinander verbinden können. Es soll aber quer sein. Nö, so nicht. Nö, so wird ich's nicht. Wo will ich's haben? Ah. Da. Da. Prima. Da. Da. Was ist da hin? Da noch eine. Da kommt eine hin. Die da hinten müssen wir auch mitnehmen. Ah. Wir klatschen. Da eine hin. Können wir noch was hinsetzen? Ja. Ich muss mich, glaub ich, doch ein bisschen konzentrieren. Und so habt da Mitleid. Ihr kennt das ja bei mir. Da muss... Da noch eine hin. Hier hinten muss noch eine hin. So. Dort eine hin. Da hinten muss auch noch was hin. Boah, voll die Offensive hier. Und dann die drei Millionen, äh... Hast du nicht gesehen, an... Linien machen. Da hin. Hier vorne müssen definitiv welche hin. Das wird total beschissen hier. Da hin. Ich kann noch hier eine hin. Manchmal bin ich clever. Aber auch nur manchmal. Boah, so grad nix, wie gesagt, zum quatschen. Ich könnte ein bisschen über WoW reden, aber das wollt ihr, glaub ich, nicht unbedingt hören. Dafür könnt ihr euch die WoW-Videos angucken. So, das heißt... Hier bauen wir eine hin. Die da hinten sind versorgt. Hier fehlt natürlich noch was. Hier eine hin. Hier kommt eine hin. Dann bauen wir eine hin. Da hin. Da hätte ich gerne einer. Da auch. Da auch. Dann würde ich da eine hin haben. Da hin. Da hin. Da kann ich auch eine nehmen. Aber mit dem Fall ist es so rum. Und hier vorne eine. Oh Gott, das wird jetzt was. Kann man das auch gleich so machen. Das wird jetzt eine Sisyphus-Arbeit. Die Sisyphus-Guargen hat. Das wird eine Sisyphus-Arbeit. Aber gut, das muss ja irgendwann mal gemacht werden. Ich will gucken, ob wir das so schön verbinden. Es hat ja auch... Es ist zwar teuer und aufwendig, aber... Es hat ja... Es erfüllt ja einen Sinn. Es ist ja nicht so, dass das nutzlos ist. Es ist definitiv nützlich. Und zwar richtig. Die U-Bahn sowieso. Was ich da hätte... Was die an... Was die an... An Leute transportiert. Also jetzt sowohl real als auch hier. Das ist echt unglaublich. Das sollte man dann schon pflegen. Auch wenn es aufwendig ist. Da muss ich jetzt keine Verbindung rüber machen. Ich sehe gerade, ich habe in der Mitte keine Station mehr. Äh... Station ist hier. Die sind aber unge... Ah, halt. Scheiße. Ne, da kann ich keine hinbauen. Die muss eh hier hin. Die da hin... Da kann ich auch nichts hinbauen. Ich habe es geahnt. Geschieben. So, bitte. Danke. Äh... Straßenbahnbahn hier. Straßenbahn, sag ich schon. Hier kann auf einen hin. Super. Dann haben wir nämlich auch im Inneren... Hier wird da so ein Ring gemacht, sag ich mal. Beziehungsweise definitiv eine eigene, eigene Linie. Äh... Die kriegen aber noch hier eine Abzweigung rüber. Die brauchen das nicht. Können wir außen rum. Okay, hier kann ich wahrscheinlich nicht durch. Nein, war klar. Da habe ich jetzt ja keinen Bock durchzubauen. Dann machen wir halt so. Das ist zu niedrig, ja? Und das geht. Warten wir noch hier rüber. Ja, es geht. Können wir hier nämlich weitermachen. Ja, es ist ein bisschen langweilig gerade. Ich weiß. Wobei es relativ. Ich meine... Ich muss sich das überlegen, was dann letztendlich rauskommt. War es dann doch, äh, ne? Zeitwert. Können wir hier aber rüber gehen. Was ist dahin? Ich will eigentlich auch schon alle miteinander verbunden haben. Äh... Einfach aus dem Grund. Weil ich es kann. Nein, weil ich es nicht kann. Wollt. Damit ich da mehrere Möglichkeiten habe, mir... Linien zu bauen. Das wird halt jetzt nicht funktionieren. Hoch geht das ja nicht. Das geht immerhin da dran. Das, wir haben die eine Verbindung auf jeden Fall. Ist alle angeschlossen? Ich hoffe doch. Mit der Hammer. Das war natürlich extrem viel, was ich da jetzt gebastelt habe. Okay, die Einwanderzahl sinkt. Weil sie wahrscheinlich immer noch arbeitslos sind ohne Ende. Auch nur noch 18%. Oh, gut, doch. Okay, jetzt wird's lustig. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich mach erstmal die Riegel, sag ich mal. Das sind die Wohnungen hier. Äh, wo hab ich angefangen? Da, dann geht's hier rüber. Äh, von... Hä? Bisschen gemacht? Einbar nicht? Keine Ahnung. Also von da geht's dann jetzt... Da lang. 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 Und da lang. Dann geht's die große Runde hier um die Wohngebiete. Oh, ganz gut gelöst soweit. Äh, die Runde haben wir schon. Von da nach da die haben wir genau. So, jetzt muss ich nachschauen. Äh, genau hier kann man eine kleine Runde machen. Da nach da. Da nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und wieder nach da. Gut. Hier kann ich ja noch eine Runde machen. Ich muss ja nicht eine Linie durch die ganze Stadt führen, sondern es können ja mehrere sein. Dadurch, dass ich hier viel gebaut habe, kann ich mehrere, ja, Grundlinie... Runden machen. Oh, da hinten, das ist gar nicht abgeschlossen. Macht aber nix. Weil das sieht blöd aus. Schließen wir das so ab. Kann man nämlich hier in die Wohngebiete rüber und kann dann zu ihr rüber und abschließen. bis dahin, da hin, da hin, und wieder da hin. Können wir eine Runde machen. Können wir eine große Runde machen. Weil wir gehen dann nämlich in die Gebiete rüber. Das heißt, wir gehen gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Da lang, da lang. Da lang. Da lang. Machen wir wirklich... Entschuldigung, machen wir wirklich eine große Runde. Dann so lang. Aber ich kann mal einiges an Runden machen. Ich will die eigentlich nicht innerhalb machen, aber wir können ja mal hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt hier lang. Ne, das ist die falsche. Und dann direkt hier lang. Genau, so hätte ich das gerne. Hier können wir auch eine Rundlinie machen. Innerhalb der Restriegebiete. Einiges schon. Hier unten fehlt halt noch viel. Das heißt, wir gehen da, nach da, nach da, nach da. Da lang. Da lang, da lang. Das wird jetzt einfach mal eine große Linie, die auch in die Wohngebiete hinein. Oh ja, die wird riesig. Da muss ich auch das Budget erhöhen. Machen wir angefangen, hier hinten, genau. Mal kurz räuspern. So. Muss ich nochmal schauen, dass ich die... Ja, ich glaube, jeder hat mindestens eine Station. Ne, das hier nicht. Keine Station. Mal gucken. Die alle irgendwie miteinander verpüren. So, und jetzt muss ich noch... Eine große Linie haben wir aber draußen, ne? Eigentlich reicht das. Ich kann nicht alles miteinander verbinden. Das ist schon extrem viel. Ja, die haben sich ja gleich eingeholt. Okay, gut. Wir werden jetzt, äh, das Budget für beide erhöhen. Und... Oh, Entschuldigung. Und zwar, volle Kanne. Schienen brauchen wir nicht. Komm, gehen wir auch mehr. Was soll's. Wir haben es doch. Für die Industrie, damit die wir abtransportieren können. Eigentlich nicht von Nachteil. Zumal der Verkehr ist eh hoch ohne Ende. Dafür. So, wie entwickelt sich das denn gerade mal hier schauen. Ja, die haben... Jetzt haben sie es schon nur geholt. Jetzt haben sie es schon nur geholt. So, aber Arbeitslosigkeit ist immer noch ein Thema, ne? Oh, ne. 7%. Das ging aber schnell. Letztes Mal haben wir die Einwohnerzahl drastisch gesunken. Da fehlen 3.000 Einwohner. Ne, 3.000 Einwohner fehlen. Wo sind die alle hin? Ach, komisch. So alt. So viele alte Leute. Boah. Hier hinten wächst das irgendwie nicht so. Bett denn hier... Was sind denn hier überhaupt? X, 53, 18, 22, kurz klar, 12. Hier ist am meisten los. Was ist hier 71? Gut, in den Wohngebieten wird natürlich am meisten sein. Da gehe ich jede Witte und im Gewerbebereich 204, 13, 8, 14, 39, 16. Ja, aber immerhin die holen halt Leute ab, ne? Die sparen mir alle. Bei... Die werden halt alle gespart. Und ich bahn alle Autos noch. Hier ist klar. Gucken. Die sind am meisten los. Die sind am meisten los. Linie 7. Ja. Da hin. Linie. Da haben wahrscheinlich die meisten Haltestellen. Neun Fahrzeuge 20 Schaltestellen. Ne, das ist nicht mal die größte, das ist so. Passagierzahl. Gut. Auf jeden Fall wichtig, dass wir das machen. Und jetzt machen wir das wieder zu. Machen wir mal Buslinien vielleicht noch. Wir müssen auch da hinten hin. So. Da hin. Weit ich aber glaube ich... Da viel mit, weiß ich gar nicht. Ist ja dann nicht beendet. Oh. Fehler. Da hin. Da hin. Da hin. Da. Da haben sie ja die Busspur. Genau. Da noch lang. Jetzt da. Wo muss ich mal hin? Da runter. Genau. Jetzt einfach nur hier runter. Machen wir jetzt erstmal die eine Linie. Ich glaube mit den... Oh. Mit den, äh... Ja, sie sind mit der U-Bahn-Fahrstelle auf Dauer einfach deutlich besser. Allerdings müsste ich doch mit den Buslinien immer gucken. Wir haben hier das Busdepot. Oh. Oh. Wir könnten ja... Wir könnten ja... Ja, eine Linie machen. Die die Leute alle einsammelt. Und dann... Und dann die Leute halt mal rüberbringt, ne? Wäre ja vielleicht mal die. Also hier in die, äh... Arbeits... äh, na. Arbeitsbereiche, genau. In die, äh... Das Industriegebiet. Da ist die. Da unten. Da ist die. Genau. Da lang. Runter. Dahin. Wo bin ich denn jetzt da runter? Was ich hier lang? Da unten gut durch. Dann kommen wir da raus. Und schon kommen wir der ganzen Sachen näher. Äh... Was ist denn nochmal? Verdammt, wo hab ich schon angefangen? Ach, da hab ich angefangen. Jetzt sind wir hier hinten. Das ist doch ein bisschen größer geworden. Da hab ich... Lang, da lang. Da lang, da lang. Da, da, und da. Zack. So eine riesen Linie gebaut. Boah, zweieinhalb tausend schon. Und tausend, die einigere Zahl. Bewegt sich irgendwie nicht so viel. Das ist die Arbeits... Arbeitslosen 6%. Naja gut, okay. Das hält sich ja auch noch im Rahmen. Was ich natürlich noch machen kann. Hier ist die Autobahn. Muss ich aber gucken, was ich damit noch... Es gibt so viel zu tun. Uah, so viel zu tun. Was war da die Bildung? Genau. Beides grenzwertig. Gut, war klar. Ähm, Grundschule. Halt da hin. Dann hier eine Grundschule hin. Und die dicke Schule direkt neben. So, dann können wir die auch verschieben. So, dann der Quart ist dann halt so rum. Kostümlich die Welt. Schick. Rot. Wir sind oben drauf. Hier können auch noch mehr Bäume hin. Das ist nicht so wenig, aber vertäuscht das. Nee, da können auch ein bisschen mehr hin. Das sieht doch irgendwie ein bisschen kahl aus. So, schon etwas besser. Schön, so was. Schön, schön, schön. Wo ist denn die Uni da? Nicht mal 1000 Studenten. Noch wenig. Aber was sagt das hier? Studenten. Der Recht liegt es in 1600. Aber es sind nur kaum welche drin. Bürger mit Abschluss. Immer noch 10 umgebildet. Wahrscheinlich hier unten das Ganze, hm? Naja, ach so, Quatsch. Die Schule ist die voll, nö. Geht's auch nicht, die auch nicht. Die auch nicht, die auch nicht. Kann ich hier unten? Ja, die Fremdsprache hier unten haben die jetzt. Und Schule. Wo sind denn die ohne Abschluss? Ach, weißt du was? Hier an Schulen. Ja, ich komme ja davon aus. Das liegt an der Grundschule. Da sind hier unten Raumwildsche. Wo ist denn? Bildung ist da. Na, komm schon. Hier kommt eine hin. Na. Jetzt blickt hoch. Dann kommt hier eine hin. Wurscht. Geht nicht gut. Dann kommt sie halt da hin. Ah. Zack. Damit sollte jetzt genug sein. Das sollte jetzt hier reichen. Oh, da können wir noch was bauen. Da nicht, da nicht, da nicht. Kann man noch eine hinhauen? Äh, da geht's nicht. Geht generell nicht gut. Dann halt nicht. Sollte aber erstmal ein Ortmann sein. Schon wieder mehr Arbeitsplatz. Gibt's ja gar nicht. Aber es wird so schön entwickelt. Ja, nicht hier. Was mit den Gewerben, mit den, äh... Mit den Büros, finde ich auch ein bisschen komisch. Warum sich da nicht großartig was entwickelt. Die nicht hoch werden und so weiter. Aber das dauert halt alles. Hm. Dann müssen wir es doch mehr um die Bildung kümmern. Fehlt dann einfach was. Oh, Abschluss 11. Ihr spielt wohl. Ah, kann man hier was bauen. Ja, passt eine hin. So, jetzt sollte aber das genug sein. Es ist mit denen... Immer noch so knapp. Okay, gut. Ja, das ist jetzt das Problem. Das passt in die Struktur nicht rein. Das passt nicht. Ich drücke. Da muss ich die hier außen hinbauen. Stromnetz, da brauchen wir nicht mehr. Hallo? Da eine hin. Das Stromnetz, da brauchen wir nicht mehr. Reicht das denn jetzt mit den Schulen soweit? Ungefähr. Oh Gott. Was? Gut, Anbindungen sollten überall genug da sein? Ja, eigentlich schon. Oh man, oh man, oh man. Gibt es einiges zu tun. Ich muss mal gucken, dass ich offscreen den ganzen Krempel da mache mit den, äh... Hier sind ja Ampeln. Weg. Noch keiner. Jetzt mach es mich schon nachher. Ob wir irgendwo Ampeln sind. Irgendwo Ampeln sind, die nicht hingehören. Ob sie da in der Fall sein. Weg. Was ist denn da Ampeln? Die hab ich da weg gemacht. So, dachte ich zumindest. Und werden die Wege genutzt? Die werden auf jeden Fall genutzt. Gut, spätestens wenn das mal Hochwasser werden, dann wird das auch noch mehr genutzt. Wird jetzt gar nicht genutzt. Gut, hier brauch ich nicht unbedingt welche. Meines Erachtens zumindest. Die Unterführung wird schon soweit genutzt. Soweit machbar halt, ne? Oh, der da ist... Wieso ist der weg? Hä? Das richte ich jetzt nicht. So, ich will hinbauen. Kann nicht umgehen. Sollte dann auch wieder mehr benutzt werden. Okay, du merkst die Industrie hier drüben. Vielleicht fehlen hier... Ich glaube, ich soll hier hinten Wohnungen hinbauen. Zukünftig. Ja, werde ich wahrscheinlich auch machen. Hochhäuser in dem Fall. Da haben wir jetzt immer mehr. Hier hinten. Hier vorne zumindest. Das ist eigentlich, hier war dann immer eine Haltestelle. Da noch. 30. Ach genau, ich muss ja noch... Äh... Die Brechstreifen muss ich hier machen. Das ist ja auch ein Ding. Da denke ich auch nicht so dran. Hier zum Beispiel einen hin. Hier noch einer hin. Hier einer. Da einer. Das ist ein Aster, sondern da denke ich gar nicht dran. Sind ja enorm... Die sind... Das ist ja enorm wichtig. Damit die da schnell irgendwo rüberkommen. Nein. Aber hier zum Beispiel. Hier einer. Hier einer. Was mache ich jetzt hier? Genau. Kann ich die mitnehmen? Wahrscheinlich darf. Nee. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Das versuche ich erst gar nicht. Wohl. Aber doch von der Seite versuchen. Und dann... Das können wir mal D-Zonen. 1, 2, 3, 4. Yes. Oh, dann lohnt sich das auch schon mal. Können wir nämlich da lang... Oh, hier oben. Was fehlt denn da? Auf einmal alles. Was soll denn der Quatsch? Was vergessen? Oder... Blöd kann ich doch nicht sein. Na ja, gut. Oh, das wird schon Regen genutzt hier. So, ähm... Genau. Und da wollte ich noch... ...aufschreiben. Auf jeden Fall ein Thema, wo ich... ...weiter... ...wo ich gucken muss. Da kann einer hin. Auf einmal langen Straßen. Genau, hier unten müssen wir definitiv welche hin. So, da, da, da. Also, hier geht keiner. Okay, gut. Das ist auch nicht so tragisch. Ja, aber... Da hin? Da hin. Das riechend wieder. Kann ich keinen hinnen bauen? Da ist keiner hin. Hier und hier. Die Haltestellen werden sich... ...übersetzen sich dann übrigens neu. Also, da muss man nicht drauf achten. Das ist so praktisch. Okay, bei den Langstraßen hier habe ich ja soweit schon. Genau. Jo, drauf geht keiner. Sollte erstmal schon ein bisschen... Oh, wir haben über 29.000 Einwohner. Also, das hat doch... ...hat vielleicht irgendwas geholfen. Was machen eigentlich jetzt die... ...der Verkehr... ...ach genau, hat sich der Verkehr ein bisschen verändert? Mh, marginal. Unter der Stadt geht's zur Sache, denn... ...ja, 3000... Oh, über... Oh. 29 Touristen. Wow. Das hat sich auch deutlich verbessert. Aber was sagst du? Nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Ja. Da müssen wir mal gucken... ...dass wir die... ...etwas... ...ja, pushen, ne? ...ja, ne Bibliothek macht da hinten keinen Sinn... ...dass ich denn so... ...das ist... ...Lyral Park... ...fun... ...ja... ...ist der da? Ja, das war der... ...da will ich aber was anderes mitmachen... ...der Rundepark? Rundepark... ...naja, der bringt da eigentlich... ...nicht... ...fiel da hinten... ...das passt einfach nicht... ...das sind die Riesentinger... ...das... ...außer Spielplatz, der bringt da auch nix... ...einer Park... ...klein... ...ich seh wie klein das Ding ist... ...was soll's... ...oder wie sieht das so aus... ...ja, das ist okay... ...uiuiui... ...oh, viel geschafft heute... ...gut, okay... ...dann... ...sag ich wie immer... ...machen wir Schluss für heute... ...die Stunde ist voll... ...dass muss ich nochmal gehen... ...ja, extra zum Abschluss... ...okay, ich sag wie immer... ...viel, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen... ...wenn was sein soll... ...ab damit in die Kommentare... ...auf Twitter oder Facebook... ...über Kommentare... ...Tipps, Tricks und so weiter... ...freue ich mich natürlich immer... ...ähm... ...bitte... ...ähm... ...an die, die Interesse haben... ...ich hab hier noch gar keine... ...mir ist es eben eingefallen... ...ich hab noch gar keine... ...ähm... ...stadtteile... ...gemacht... ...also ähm... ...hier... ...stadtviertel... ...hab ich noch gar keine gemacht... ...und da... ...werde ich aber dann beim nächsten Mal welche machen... ...wird vielleicht vorbereiten... ...mal schauen... ...und dann könnt ihr denen natürlich Namen geben... ...an sonst kriegen die von mir einfach nur Zahlen... ...na... ...also liegt an euch... ...wie die Dinger dann heißen und gut... ...in diesem Sinne... ...wünsche euch auch noch einen schönen Tag... ...und wir sehen uns in dem nächsten Video... ...oder im nächsten Stream... ...Büüüüüüüß...